Hallöchen Türchen Nummer 15 Großes Päckchen, die gefallen mir mal am besten Ein Elektrikerschraubenzieher, ein Schlitz und so wie ich es mitbekommen habe, ist die Firma VIA dafür speziell bekannt, man sieht es ja auch hier auf dem, wie heißt das Ding denn? Adventskalender-Dingens-Kirchen-Teil-Bild-Dings, ihr wisst schon was ich meine, dass die bekannt sind für ihre Elektrikerwerkzeuge und jetzt weiß ich auch warum, also diese, wie nennt man das, Lasur, dieser Schutz wegen Funkenschlag und so weiter, ist echt krass verarbeitet, also wirklich wow, ich glaube ich habe noch nie so einen Elektrikerschraubenzieher in der Hand, bin ja auch kein Elektriker, aber davon mal abgesehen, der ist bis 1000 Volt abgesichert, das Teil, 3,5 x 100, ich denke mal diese Bezeichnung hier unten, uch, ich sehe es gar nicht, die Bezeichnung hier unten wird wohl für das Kunststoff stehen, nehme ich mal stark an, bin mir nicht hundertprozentig sicher, krass, echt schick, werde ich zwar selber nie gebrauchen, aber ich weiß schon wer das gebrauchen wird und ja, das war's damit, mit Türchen Nummer, was war's, 15, bis zum nächsten Mal, ciao!